Ja hallo, zur Mentalübung Fingerkuppen Kraft tanken. Ich bin Martina von Vitellegi. Ich lade dich ein, nimm dir zwei Minuten für dich und begib dich an einen ungestörten Ort, stelle oder setze dich gemütlich hin. In der ersten Phase beginnen wir ganz bewusst zu atmen, ideal drei tiefe Atemzüge. Wenn du deinen Geist noch schneller beruhigen möchtest, gib ihm doch eine Aufgabe. Lass ihn bis 10 oder bis 15 zählen beim Ausatmen. Nun bringe deine Fingerkuppen zusammen, indem du deine Hände zueinander bringst und der kleine Finger mit dem kleinen Finger zusammenstoßt, der Daumen mit dem anderen Daumen. Und spüre in diesen Druck hinein, den du da entstehen lässt, wenn du die Fingerkuppen zueinander in Kontakt aufnehmen lässt. Und dann nimmst du deinen Impuls wahr. Jetzt in der dritten Phase wirst du deinen Impuls schon besser und immer mehr spüren und deutlicher. Und schön langsam wird er sich verlangsamen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn das bedeutet, dass du dich nun mehr und mehr entspannst. Ja, und allmählich kommst du wieder zurück mit deinem Körperbewusstsein, mit deinem Dasein in deinen Alltag, dem du wieder deine Augen öffnest und dich regelst und streckst. Das ist ein gutes Zeichen für 쓰고, das ist großartig, das ist großartig und wichtig. Mit deinem Körperbewusstsein, der dich nemmert, istsättig.